Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Anno 1800. Ja, wir sind soweit. Wir haben jetzt 5000 Forschungspunkte. Und jetzt sollen wir hier zwei Ziele erfüllen. Ein beliebiges Item herstellen und in ein beliebiges Forschungsgebiet investieren. Die Frage ist jetzt, was wir zuerst machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Das entscheidende ist. Oder welche Vor- und Nachteile wir da haben. Ich nehme jetzt mal das mittlere, technologischer Fortschritt. Investieren. So, was haben wir hier jetzt? Wählen Sie einen der folgenden Sätze. Einkommenssteuer. Mehrere Technologie, zivile Technologie, Industriertechnologie. Ich werde auch wieder das mittlere nehmen. Oder doch, Industrie. Ich glaube, wir machen Industrie. Machen wir Industrie. Ja, ja, komm gleich. Ach, das kann man mehrmals machen. Ja, okay. Aha. Gut, das füllt sich immer wieder auf. Okay. Und jetzt können wir wieder das nächste investieren. Okay. Ja. Warte, wir sind hier wieder bei 5000. Ich möchte noch die nächste Aufgabe erfüllen. Und zwar Item-Entwicklung. Was ist da jetzt gefordert? Ach, jetzt können wir da Sachen entwickeln. Äh, was haben wir gemacht? Gott, was machen wir denn? Nehmen wir mal den Weißbau-Igel für den Zoo. Ich habe keine Ahnung. Machen wir das. Es geht ja jetzt nur darum, dass wir mal einen Item da entwickelt haben. So, das läuft. Das dauert die Zeit noch. Das ist mit meinem Schiffchen. Du bist da. Sehr gut. Dann kann ich hier weiterbauen. Wir sind immer noch auf der Geschichte hier, dass wir höher Öl brauchen. So. Nachschub ist da. Dann bauen wir hier weiter. Bitte die nächste. Angeschlossen bist du. Sehr gut. So, damit müssen wir jetzt erstmal genügend Öl haben. Ich baue jetzt hier noch eine Ausweichstrecke, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Damit sich die nicht irgendwie da behaken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, dann bauen wir hier noch eine Strecke hin. Ja, das muss erstmal reichen, glaube ich, oder? So. Ja, glaube ich auch. So, das laden wir alles noch ab. So, damit passt es soweit. Und die müssen jetzt auch wieder Ruhe geben in Sachen Öl, ne? Weil die müssen jetzt wieder genügend langsam haben. Hoffe ich, hoffe ich zumindest. Es mangelt an Arbeitskraft. Ach. Wo gibt's jetzt hier zerstörte Gebäude? Ach, hier. So. Ja, die schreien wegen, äh, Bier, ne? Das ist das Problem. Wenn die kein Bier mehr haben. Ah, doch. Hüte fehlen hier. Warum fehlen da Hüte? Werden hier keine hergestellt? Nein. Die werden geliefert. Warum werden da keine geliefert? In der neuen Welt. Was ist da los? Neue Welt, Hüte. Haben wir keine hier, oder was? Doch, eigentlich schon. Pass auf, wir machen hier noch ein zweites Schiff drauf. Habe ich noch ein kleines? Habe ich nicht mehr, ne? Ne. Aber du kannst ja hier noch was mitnehmen. Warte mal. Warte mal. Ja, das ist okay. So. Ja, deshalb würde ich sagen, geht's weiter. Die Forschung läuft. Jetzt müssen wir einfach nur Geduld haben. Da fehlen wieder Arbeiter. Warum? Will da auch hängen. Das klappt ja ganz gut. Ah ja. Da fehlen Öllampen. Wieso fehlen da Öllampen? Was ist da wieder das Problem? Wallenfängerei? Oder was ist da los? Wallenfängerei. Wallölhammer. Ah, hier. Messing fehlt. Wer ist für das Messing zuständig? Transfer Messing. K.T. Cap Trelawney. Wir haben zu wenig Messing, sehe ich gerade. Messing. Mal schauen, wo das Trick herkommt. Wer macht denn hier Messing? Wir machen Messing. Ah, hier. Hier Stück haben wir halt auf der Insel. Das muss ja irgendwo da oben sein, oder? Genau. Zink und Kupfer brauchen wir dafür. Das ist wunderbar. Geh, 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 Geh. Was ist das Messing hin, verdammt. Wo ist das Messing? Da. Das Kupfer fehlt. Genau, ist ohne Kupfer nichts los hier. Oh Mann, 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 wer ist denn das Kupfer zuständig? Das ist immer was Neues hier. Ah ja, war da. 100 Stück. Ja, warum nicht? Was? Was? Wieso kann der da nicht bauen? Wenn er mal genügend... Ach, ich bin in Kupfer Launay. Halt, halt, halt. Falsch. Wo ist hier alte Welt? Alte, neue Welt. Das ist alles normal. Neue Welt. Also, Kupfer noch nie, wie sie gesagt. Da. Die Menschen lassen sie hochleben. Das reicht aber nicht. Das ist das Problem. Wir brauchen... Eisen jetzt. Ne, Kupfer brauchen wir. Kupfer. Kupfer. Ich suche schon wieder falsch. Haben wir sonst keine andere Kupfermine mehr, oder was? Hm. 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 Da ist eine. Ja, wohin damit, ne? Da haben wir eine. Da haben wir eine. Ja, ich würde sagen... Wird doch gar nicht abgebaut. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Das ist echt blöd hier, ne? Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir? Wir brauchen auf jeden Fall... War das jetzt Kupfer Loni, oder war das jetzt die alte Welt? Kupfer Loni, wo das verliegt, ne? Kupfer Loni, wo bist du denn? Kupfer Loni. Dich, was machen wir jetzt? Da, Eisen und Kupfer. Da. Hm. Hm. Hm, 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 hm. 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 Ah ja, okay. Dann können wir hier ja... Warte, die Fälle, die... Die Frage. Hmm. Boah, das ist echt blöd. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal... ...ein kleines Schiffchen bauen. Einflusspunkte haben wir noch hier. Einen noch, okay. Hmm. Ja, da muss man zweiter drauf, damit wir hier genügend Kupfer rankriegen. Das wird lustig. Das wird lustig. Alte Welt, wie sieht es da aus jetzt mit unserem Öl? Ah, scheint wieder zu laufen. Und sehr gut. Fehlende Waren. Ja, ich weiß. Da fehlt mir ein bisschen was. Aber... Keine Panik. Wird bald kommen. Wieso fährst du nicht los? Wir, wenn wir uns... ...hier oder andere. Nein, es ist... ...hier oder andere. Oh, ja. ...wieso? Ja. Oh, ja. Ich weiß nicht. Wie... ...wieso? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß. Und... Ich weiß. Ich weiß. Jetzt geht's los. Perfekt. So. Hm. Jo. Das Öl läuft dann für die Insel. Da fehlt nur noch ein Messing, ne? Auf Dauer. Den jetzt ist es, dass Muttern fehlt. Also nicht jetzt in der alten Welt in deinem Kopf. Oh, ne. Bist du jetzt ein Item hergestellt oder nicht? sieht so aus. Noch eine Viertelstunde bis zu meinem Weiß-Eagle-Item. Sehr gut. Ja, aber das können wir noch in der Folge schaffen. Tatsächlich. So. Hm. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe. Was? So. Okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah ja. Da ist das kleine Schiff. Wie heißt du? Moschus-Ochse. Nee, du heißt nicht Ochse, sondern du heißt, ähm... Wie nennen wir dich denn? Apfelsine. Apfelsine. So. Und die Apfelsine, die wird jetzt unterstützen in Sachen Kupfer in Capsulone. Naja, haben wir jetzt zwei Standorte. Das ist gut. Äh... Ja, da machen wir es anders, wenn wir eine Route einrichten. Eine neue. Und zwar heißt die BKT Kupfer. Ähm... Apfelsine ist klar. Crown Falls ist auch klar. Und dann bitte... Ja, die muss ja dann hin und her pendeln, ne? So. Da bitte. Wo ist das Kupfer? Nee, nicht laden. Crown Falls bitte abladen. Und es geht. Da laden, genau. Da bitte abladen. Und da bitte laden. So, oder? Genau. Und zwar bitte immer... Immer wenn du voll bist. Tja, das ist die Frage. Eins würde ich noch gerne haben von der anderen Insel hier rüber, ne? Wenn wir schon dabei sind, müssen wir noch ein bisschen hier investieren in Investoren. Damit wir da ein paar Punkte mehr haben. Äh. Ah, falsch. Halt. Ach, das Ring. Oh, oder für der Kaffee wieder. So, wie weit ist unser Item jetzt gekommen? Ja, noch zwölf Minuten. Na, dauert noch ein bisschen. Der Kaffee neigt sich momentan am Ende zu. Ne, neue Welt. Ne, Kapsel auch ne, brauche ich schon. Sonst für ein Kaffee. Da kommt ihr Schiffchen schon. Da müssen wir mal eventuell überlegen, dass wir da noch ein drittes draufsetzen. Aber wir haben ja noch eins, oder? was Sie verrated? Ja. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja. Mhm. Ich kann auch kein Schiff verkaufen, ne? Um Einflusspunkte zu bekommen. Lass mich mal kurz nachher in Besa gehen, weil ich schon wissen will, bekomme ich für dich jetzt Punkte oder nicht? Ne. Eben nicht. Außer, dass der mir nur... Achtung! Admiral anwesend! Ja, okay. Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie... So, was ist das hier? So. So, Frachttipps steht da, das ist klar. Alte Welt bitte, zurück. Was? Schokinsel? Achso, die da. Ah, da muss ich auch wieder aufleveln, stimmt. Genau, das sollte man auch noch machen. Ja, geht aber nicht. Das wird so nicht funktionieren. Da fehlen wieder ein paar Sachen. Da fehlt wieder... So hatte ich mir das erhofft. Gebackene Bananen. Wer macht hier in der neuen Welt gebackene Bananen? Da ist die Frage jetzt... Äh... Wer ist für die Schokoinsel zuständig? Da. Ich werde weiterhin nach Freiheit für alle streben. Gut. Das war's nicht. Die, ähm... Gebackene Bananen sind das Problem. Wo bist du? Bananen. Zu wenig. Zu wenig. Ja, ich brauche noch mal ein Schiffchen. Oder habe ich da jetzt eins gebaut? Ja, wie nicht. Ah, blöd. Das ist nicht so doll. Ja, wir kommen jetzt momentan nicht vorwärts, weil wir leider jetzt warten müssen, bis die Schokolade wieder eingetroffen ist. Ja, wir schauen mal kurz in die alte Welt, ob das jetzt wieder läuft hier. Tja, wir schauen noch mal kurz danach, ob das jetzt wieder läuft hier. Soviel sind Sporter, ja, ist klar. Und jetzt habe ich natürlich wieder zu wenige. Aber jetzt läuft's wieder. Ja, jetzt läuft's wieder. Getreide ist wichtig. Haben wir auch gedüngte Öl hier. Passt. Wunderbar. Ja, wir können momentan nicht so viel machen, weil wir warten müssen, bis hier die gelehrte Geschichte hier durch ist. Mit den Forschungspunkten. Mit den Forschungspunkten. Das Item da entwickeln. Das ist momentan noch der Punkt. Sechs Minuten noch. Ja, wir haben knapp in der Folge. Ja, wir haben ein bisschen auflevelt hier, weil wir gerade ein bisschen dabei sind hier. Warum nicht, ne? Ja. Warum nicht, ne? Passt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. 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 Wir haben hier im Lager auch vergrößert. Genau. Wunderbar. Ja. 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 Ja, so arbeiten wir uns nach vorne. Rechts oben übrigens die Playlist für alle bisherigen Folgen. Und jetzt ist immer unten das her. Ja, okay, das geht noch. Das ist okay. Jo. Jetzt warten wir noch, bis da die Gelehrten da fertig sind, oder? Ah, 424. Ja. Jetzt müssten die auch wieder genügend Öl haben, hoffe ich. Ja, nicht ganz. Wer liefert denn das Öl für die alte Welt? Wer ist denn das bei uns? Ja. 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 Ja, das geht schon so, wenn es passt. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß keine, dass ich weiß. Die gebackenen Bananen. Was ist da los mit denen eigentlich? Neue Welt gebackte Bananen. Da, für Joko. Da ist er doch. Haben die keine mehr? Doch, haben doch welche. Was ist da los? Es mangelt an Arbeitskraft. Was ist hier los? Wieso hat der keine? Ich sag's dir, mit gepuderten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. Mhm. Der ist leer da unten. Bzw. hat er ne Grenze drin. Setz dich lieber in den Schatten. Hm. Ja, es ist immer wieder tricky. Also da ist was da, ne? Mindestbestand wahrscheinlich nur. Okay. Hm. Was sind denn die gebackenen Bananen? Was ist hier? Das muss auch... Ne, ist auch nicht da. Und dem scheitert schon mal an dem... Fischöl. Bananen haben wir genügend. Nur ist Fischöl nicht. Fischöl ist Mangelware. So, dann machen wir hier wieder... Eine mehr. Ja, okay. Probieren wir's mal. So. Dann würde ich sagen... Jetzt schauen wir mal noch bitte uns das an, wenn das fertig ist. Dann haben wir wieder einen kleinen Meilenstein erreicht. Ne, das nicht. Sondern ich meine, ähm... Na, in Forschung. Was sind wir denn hier? Noch eine Minute dreißig. Ja, die schaffen wir auch noch. Und dann haben wir diese Aufgabe erfüllt. Ja, und dann... Werden wir uns... In der nächsten Folge... Um ein anderes Problem kümmern. Ich sag's gleich. Viele Folgen gibt's nicht mehr. Dann wird diese Staffel enden. Von Anno 1800. Haben wir schon einiges... Erreicht, ne. Es war ja eigentlich mein Ziel... Dass ich diese ganzen neuen DLCs da... Mal spiele. Ich glaub' bis zu dem Zeitpunkt fehlt nur noch, glaub' ich... Die Dächer dieser Stadt oder so ähnlich. Ansonsten haben wir alle jetzt mal... Angespielt. Durchgespiegelt. Ja. Ja, das ist schon das größte Anno, was es je gab. Wahnsinn. Dann kann man sich echt verlieren. Aber es macht Spaß. Vielleicht werden wir... Irgendwann mal wieder eine neue Staffel anfangen. Wir müssen wieder alles und vorne anfangen. Wahnsinn. Was wir alles erlebt haben in dem Zeitraum. Irre. Wo ist denn da die Segelschule? Ach da. Die Lager sind voll. Da ist schon, ne. Genau. Du kannst auch mal... Also gut Jungs, ran an die Arbeit. Also gut Jungs, ran an die Arbeit. Also gut Jungs, ran an die Arbeit. Wir haben ja keine Rohstoffe. Boah, wo sind denn die Rohstoffe da? In der Ruhe liegt die Kraft. Ich denke das schreit nach einem Wermut. Warte mal, bauen wir jetzt noch ein paar Sachen hier hin. So, die Aufgabe ist erfüllt. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja. So. So und so. Und das hier dasselbe bitte. Gott. Ja. Das war's glaube ich, oder? Aufgaben haben wir keine mehr, oder? Neue. Ne. Gut, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschöööööööö. Vielen Dank.